Du bist in Sicherheit. Sag mir, was ist in der Flur geschehen? Was hat dich gerettet? Du wirst mir nicht glauben, aber da war eine Sonnenkriegerin. Ist das wahr? Kannst du das Licht beschwören? Sie ist echt. Unsere Feinde fühlen sich durch unsere bloße Existenz bedroht. Die ganze Welt wird dich jagen. Die Belohnung ist eine Million Kroge. Bring sie mir, Alina Starkov. Bin ich eine Gefangene? Ganz Ravka ist das. Bis du und ich die Schattenflut zerstört haben. Ganz einfach. Doch nun schauen alle auf mich, als ob ich die Antwort sei. Bringe das Licht. Nochmal. Weißt du, was das Einzige ist, das mächtiger ist als du und ich? Wir beide, zusammen. Sehr schön. Und jetzt beginnt die Arbeit. Wenn es schief läuft. Ich finde immer den Weg zu dir. Wie viele Kugeln hast du? Nicht genug. Doch sie wird erkennen, dass es nur einen gibt, der ihr ebenbürtig sein kann. Dass sie und ich einzigartig sind. Und dass es keinen anderen geben wird. Du hast wirklich keine Ahnung, wie viel größer die Rolle ist, die du wirst spielen müssen. Geniet. 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 Untertitelung des ZDF, 2020